Josip Simonic hat für Kroatien die drittmeisten Länderspiele bestritten. Bei fünf großen Turnieren und weit mehr als 100 Einsätzen trug er das blau-rot-weiß karierte Trikot. Aber der Ex-Spieler von Hertha und Hoffenheim wird nächstes Jahr wohl nicht im Flieger nach Brasilien sitzen. Er wurde gesperrt und das gleich für zehn Spiele. Simonic hatte nach geglückter Qualifikation faschistische Gesänge in der Fankurve angestimmt. Der Innenverteidiger von Dinamo Zagreb rief, für das Vaterland in ein Mikrofon und die Fans antworteten, bereit. Diese Parole wird mit einer faschistischen Bewegung in Verbindung gebracht, die kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verboten wurde. In einer Stellungnahme sagte die FIFA, die Parole sei diskriminierend und beleidige eine gesamte Gruppe von Menschen. Der in Australien geborene Kroate verneint jede politische Absicht, bekam aber zusätzlich noch ca. 24.000 Euro Geldstrafe aufgebrummt. Außerdem darf der 35-Jährige während seiner Sperre nicht ins Stadion, wenn sein Team spielt. Simonic verteidigte sein Verhalten und meinte, er sei von der Liebe zu seinem Land überwältigt worden. Die kann er nun vorerst nicht auf dem Platz ausleben. Kroatien spielt im Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Brasilien.